Was ist denn das für ein gruseliger Horrorfilm? Was macht der da mit der Frau? Das ist erschrecklich. Oh Gott, ich kann gleich hinsehen. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett. Total fertig. Was so anfühlen, schau ich mir nimmer an. Was können wir denn hier klauen? Hoffentlich kann ich jetzt heute Nacht schlafen. Ach, das wird schon irgendwie werden. Na dann, gute Nacht. Was sind das für Geräusche? Was? Hat irgendjemand Mama gerufen? Ich glaube, das habe ich mir noch eingebildet. Hoffentlich wird das ein guter Tag heute. Kann ja nur besser werden. Was steht denn da? Ich glaube, ich träume. Vielleicht ist es ja auch bloß meine verrückte Nachbarin. Aber die hat ja noch nie so lange Haare. Ich schau mal raus. Boah, Alter, es ist unheimlich. Wo ist diese Frau bloß hin? Das kann nicht wahr sein. Ich gehe jetzt erst mal Hände waschen. Irgendwas läuft hier total schief. Das ist kein gutes Omen. Ich muss diesen Tag irgendwie überstehen. Ich gehe jetzt erst mal in die Bar und schaue, ob ich irgendwas Brauchbares finde. Ich muss mich schützen. Leck mich am Arsch, habe ich Angst. Scheiße, die Tür steht offen. Werden die aufgemacht? Leck mich am Arsch. Scheiße. Nirgendswo ist mir mal sicher. Was ist halt denn los? Das fühlt sich alles so unrealistisch an. Ich mache jetzt erst mal die Rolles zu. D Psalm 6. D Psalm 6. D Psalm 6. D Psalm 6. Nein! Was war das für ein scheiß Traum? Ich sag's ja, ich hätte den scheiß Film nicht schauen sollen. Zum Glück war es nur ein Traum. Ab sofort schau ich keine Horrorfilme mehr. Wenn wir die nicht bekommen. Es war so realistisch. Oh Gott. Oh Gott. Möge der Tag mit mir sein. Schauen wir mal in die Post. Was ist denn das? Schauen wir mal in die Post. Ich weiß, was du letztes Jahr geträumt hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh ja. Ist ja noch ein Zettel. Nicht dieser Traum, du Lustmolch. Das kann doch beim besten Willen nicht ernst gemeint sein. Da wird mich doch irgendeiner verarschen. Hoffe ich doch. Ich glaube, ich ruhe mich jetzt erst mal aus. und dann wird sich das schon irgendwie aufklären Was war denn das für ein scheiß Albtraum? Moment mal, mein Handy klingelt Ja? Ich weiß, was du letztes Jahr geträumt hast Lassen Sie mich endlich in Ruhe, Sie beverse Schwein Fahren Sie zur Hölle Ich weiß gerade echt nicht, ob ich noch träume oder ob das hier alles echt sein soll Gibt es nur eine Möglichkeit, das Haus zu finden? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020